Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Ja, das große Altcoin Update Video Nummer 3. Ihr habt es euch gewünscht, einmal im Monat habe ich ja gesagt, werde ich jetzt einfach diese Videos machen. Einfach um mal so ein bisschen einen aktuellen Stand rauszubringen. Dann eure ganzen Altcoin Wünsche kann ich ja in den ganzen Videos nie wirklich abarbeiten. Deswegen werden wir uns heute ungefähr, ich glaube 15 Coins habe ich mir aufgeschrieben, werden wir uns anschauen ausführlich. Potenzielle Nachkaufzonen, was hat sich seit dem letzten Altcoin Update Video getan, worauf sollte man jetzt achten. Die nächsten, ich sage jetzt mal 3-4 Wochen, was eventuell wichtig werden könnte. Ja, ihr habt mir auf jeden Fall genug Altcoins geschickt. Noch ein kleiner Reminder, bzw. das heißt Reminder. Ich habe ja gesagt, es gibt ein kleines Gewinnspiel und zwar könnt ihr eine Bitbox gewinnen, eine BTC Only Edition. Natürlich nicht die, die ist schon geöffnet, ich habe die hinten noch eingeschweißt. Also nur damit ihr seht, dass ich nicht da irgendwelche Keys schon rausgezogen habe, also die ist auf jeden Fall eingeschweißt. Wie ihr die gewinnen könnt, einfach einen Kanal abonnieren und einen Kommentar einfach reinschreiben, egal was. Ihr könnt jeden Kommentar unten reinschreiben, was ihr Bock habt, vielleicht auch eure Altcoin Wünsche fürs nächste Video. Wie auch immer, ich werde es dann, das Gewinnspiel wird eine Woche dauern, nachdem ich das Video hochgeladen habe, entweder Freitag oder Samstag. Und dann werde ich das entweder live oder im Video dann auslosen. Deswegen wichtig, einen Kommentar unten reinzuschreiben, damit ich einfach die Kommentarfunktion hier auslesen kann, über dieses YouTube Gewinnspiel Dingsbums, ihr wisst was ich meine. Und dann könnt ihr das auch gewinnen. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf so eine BTC Only Edition, macht einfach gerne mit. Wie gesagt, die werde ich euch dann auf jeden Fall verschicken. Gut, genug gelabert jetzt. Bevor wir starten, lasst ein Video ein Like da, abonniert den Kanal und jetzt würde ich sagen, starten wir durch. Und der erste Coin, der sich sehr, 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 sehr oft gewünscht wurde, war XRP. Haben wir auch in den letzten Altcoin Updates immer wieder dazu geschrieben, beziehungsweise sind wir durchgegangen. Wir hatten hier diese Range, die sich seit, ich sage jetzt mal, dem Freitag, den 10. Juni gebildet hat. Über Monate hinweg bis zum 18. September, 19. September, wo wir dann unser Breakout hatten. Also hier war eine schöne Akkumulationszeit. Jetzt haben wir auf jeden Fall erst einmal ein paar Ineffizienzen gefüllt auf dem Daily Chart. Sehen wir hier ganz gut, wurde die erste auf jeden Fall gefüllt. Seitdem hat sich reichlich wenig getan. Es gibt Gerichtsentscheidungen, die jetzt sich so langsam dem Ende nähern. Das könnte auf jeden Fall noch interessant werden. Aber ansonsten gehe ich weiterhin erst einmal davon aus, dass wir uns vielleicht hier unten nochmal diese Region um 0,40 US-Dollar-Cent holen. Hier dann vielleicht nochmal ein bisschen konsolidieren, bevor wir dann das nächste Leg-Up hier in dem Bereich der 70 US-Dollar-Cent kriegen. Warum 70 US-Dollar-Cent? Auch hier haben wir noch eine Ineffizienz liegen zwischen 0,68, sage ich jetzt mal, bis ungefähr 0,70 US-Dollar-Cent. Das sind die Regionen, die ich langfristig anpeile, beziehungsweise jetzt die nächsten 4, 5 Wochen eventuell. Aber was man dazu noch beachten muss, momentan kaufe ich da erstmal nicht ein. Hat den Aspekt, ihr habt hier oben noch so einen relativ großen Wig auf dem Daily Chart. Das heißt, hier oben liegt eine Menge Liquidität. Das heißt, wir könnten uns erst noch die Zone hier oben holen und dann, sage ich mal, den Gang noch nach unten hinfahren. Deswegen momentan für mich keine Nachkaufstation. Wer das natürlich auf Sparplan laufen hat, ist was anderes. Aber die größte Zeit hier unten akkumuliert, sollten wir den Retest hier kriegen in dem Bereich, ich sage jetzt mal, 0,41. Ein bisschen weiter oben, nie direkt in die Range ist, sage ich ja immer dazu. Wäre das auf jeden Fall so ein potenzieller Nachkaufpunkt für mich persönlich. Natürlich hier alles No Financial, ich weiß, was ich hier sage. Aber ihr wisst Bescheid. Die Daily E-Mail Ribbons verlaufen hier nämlich auch in dieser Region. Es wäre ganz gut, einfach diesen Retest zu bekommen. Und dann längerfristig den Bereich um 0,70 Dollar zu erreichen. Das ist jetzt das Bullischste, aber die News richten sich auch so langsam, dass sich das Gerichtsverfahren, wie gesagt, dem Ende nähert. Es gibt mehr und mehr Bankenkooperationen. Dafür kann ich euch auch sehr ans Herz legen. XRP Deutschland, also habt ihr auch schon auf meinem Kanal gesehen, auch gerne da vorbeizuschauen. Dann kriegt ihr tagtäglich wirklich Updates dazu. Also da gerne mal vorbeischauen. Die Jungs haben auch eine Telegram-Gruppe, kann ich nur empfehlen. Ja, soviel zu XRP, gibt wenig. Ganz ehrlich, momentan dazu zu sagen, wie ich sage, ein kleiner Drop nach unten ist auf jeden Fall noch im Bereich des Möglichen. Ein längerfristig das Ziel zwischen 0,68 und 0,70 US-Dollar-Cent. BNB, auch hier hat sich relativ wenig verändert. Wir machen mal ganz kurz das FIP-Level. Dazu für mich der erste Nachkaufpunkt, den wir im letzten Video bereits getroffen haben. Der lag hier am 19. September. Sind wir hier in diese Region um 260 US-Dollar gekommen. Das war der erste Nachkaufpunkt. Die größere Zone befindet sich dann hier unten bei 216 US-Dollar. Was man aber auch dazu sagen muss, wir befinden uns momentan eigentlich auch schon wieder in einer größeren Seitwärts-Range. Sieht man hier ganz gut. Also seit, sagen wir hier, Mitte August bis jetzt Anfang Oktober wieder hier in so einer Akkumulationsphase. Ob wir wirklich hier drunter kommen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Bin ich ganz ehrlich. Glaube ich auch ehrlich gesagt nicht. Für mich eher die größeren Nachkaufzonen zwischen 260 und 240 US-Dollar. Brechen wir dann wirklich hier oben mal diesen Bereich um 312 Dollar. Da liegt auch zufällig das Golden Pocket von diesem Bereich, also von unserem Hoch bei 337 bis zu unserem Tief bei 256. Brechen wir das, kann es relativ flott gehen. Und dann können wir auch in den Bereich hier oben vorstoßen bei 370 US-Dollar. Natürlich haben wir auch schon über Bitcoin in den letzten Videos immer wieder geredet. Die 21.000 US-Dollar-Marke ist erstmal das Ziel, wenn nicht sogar 22.000 US-Dollar. Und das ist dann auch so, sage ich mal, das übergeordnete Ziel, wenn wir so auf BNB hochrechnen. Das heißt, diese 370 US-Dollar ist eine Marke, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Sollten wir das Golden Pocket brechen, wäre das ein Pump von ungefähr 19%. Deswegen hier momentan Akkumulationsphase, gefällt mir ganz gut. Sollten wir noch ein bisschen traden, dann gilt es darum, diesen Bereich hier zu brechen. Die 334 bis 337 und dann kann es relativ flott gehen. Und das ist dann auch wieder so ein Punkt, weil ich ja gesagt habe, 22k ist so ein Punkt bei Bitcoin. Da würde ich dann vielleicht sogar schon wieder ein bisschen Profite rausnehmen. Weil ich sage mal, von hier, wo wir jetzt momentan stehen, sind es 30%. Die 30% einfach mal ein paar Gewinne mitnehmen. Also jetzt nicht unbedingt hier wieder hodeln bis zum geht nicht mehr, sondern einfach mal diese 30% einfach mal als Profit deklarieren. Dann wieder gucken, wie pendelt sich der Kurs ein. Weil ich glaube jetzt nicht, dass wir dann hier hochballern in Richtung 400 US-Dollar. Sondern dass wir uns dann hier oben eventuell ein bisschen einpendeln. Hier wieder eine neue Range bilden, ein bisschen Volumen. Und dann würden sich so Kurse zu 334 US-Dollar wieder relativ gut anbieten, um vielleicht hier wieder einzusteigen und dann den nächsten Pump mit nach oben hin mitzunehmen. Was man natürlich auch dazu sagen muss, ihr seht hier diese Linie, die ich gerade gezogen habe, dieses letzten Huchen, die passen hier auch relativ umso weiter rüber, wie wir die ziehen, immer ganz gut überein. Wir hatten hier immer ein bisschen Support, hier Support, hier Support, hier Support. Und das ist so eine Range hier, sage ich mal die 334, 340. Die Range, die muss gebrochen werden, einfach damit wir hier wirklich das Ziel zwischen 370, 380 erreichen. Oder sogar höher steigen. Aber da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sieht momentan ganz gut aus, diese Seitwärts-Akkumulationsphase. Das Einzige, was ein bisschen nicht so cool ist, ist einfach das Volumen momentan. Das ist sehr, sehr weit unten, aber spricht eher für eine Seitwärtsphase und eine Akkumulationsphase hier in dieser Range. Wenig Ausbrüche nach oben, wenig nach unten. Gefällt mir eigentlich relativ gut, um hier längerfristig dann wieder deutlich zu akkumulieren, beziehungsweise hier diese 30% auf jeden Fall mitzunehmen. Dann, was war noch ein Wunsch? Quandt war ein Wunsch, der auch sehr, sehr oft gesagt wurde. Hierzu muss ich sagen, also meine, ich bin momentan nicht investiert. Bin ich ganz ehrlich zu euch? Hat den Aspekt, ich warte hier weiterhin ehrlich gesagt auf diesen Bereich um, ich sage jetzt mal 70 bis 80 US-Dollar hier unten. Dieser Bereich, diese grüne Kaufzone, hat einfach den Aspekt, hier unten war ein größerer Wig. Hier ist sehr, sehr viel Volumen, auch auf den kleineren Timeframes. Übergeordnet müssen wir aber dazu sagen, wir bilden hier ein Inverse Head & Shoulders. Ihr wisst, ich bin kein Pattern-Trader, trotzdem zeichne ich es gerne mal ein. Ein Trader aber nicht danach. Für mich ist einfach die Zone hier oben sehr, sehr entscheidend. Der Bereich zwischen 154 und 150 US-Dollar wurden schon zweimal rejected hier in diesem Bereich. Ineffizienzen, beziehungsweise Voids wurden bereits gefüllt. Deswegen gehe ich ehrlich gesagt trotzdem nochmal davon aus, dass wir zumindest hier in diese Region um knapp unter 100 US-Dollar nochmal zurückfallen. Ist einfach so, wir haben den Arrows-Eye sehr weit oben. Wir haben hier oben sehr, sehr hohes Volumen. Spricht nochmal dafür, dass wir uns hier unten nochmal ein bisschen was catchen und dann erst hier den Anlauf nach oben hin starten. Und dann kann ich mir auch Kurse um die 200 US-Dollar vorstellen. Aber für mich momentan bei so einem hohen Arrows-Eye, der Abtrend, der schon länger anhält, ist es einfach für mich momentan kein Nachkaufpunkt. Bin ich ehrlich. Wir können uns aber mal ganz kurz dazu angucken. Das technische Preisziel von unserem Inverse Head & Shoulders ziehen es hier oben mal bis zum Ausbruchspunkt. Ihr wisst, ich bin da immer ein bisschen passiver. Dann würden wir hier sogar in Richtung 266 US-Dollar gehen. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr bullisches Preisziel, aber man soll es auch nicht übertreiben. Also wir müssen hier Step by Step reingehen. Und da sehe ich dann hier die ersten Schwierigkeiten auf jeden Fall in diesem Bereich hier. Zwischen 210 und 230 US-Dollar. Also das können wir uns mal merken. Aber sollten wir hier diesen Bereich von 100 US-Dollar sehen, ist es für mich persönlich aufgrund auch des 200er SMA auf dem Daily und 200er EMA, die sich hier relativ nahe sind, eine gute Akkumulationsphase, um hier vielleicht doch nochmal in den Markt reinzugehen, relativ spät. Ich glaube nicht, dass wir hier nochmal runtergehen, außer wir kriegen nochmal größeren Crash in Richtung 15k bei Bitcoin. Dann ist das was anderes natürlich. Aber momentan gehe ich davon nicht aus. Aber längerfristig ist auf jeden Fall das Ziel, sag ich mal jetzt mal, um die 210 US-Dollar würde, wenn wir jetzt hier unten einen Drop sehen, ein Pump von 122% heißen. Und dann ganz ehrlich nehme ich meine Profite und bin da raus erstmal. Ich bin mit Quant sehr, sehr wenig in Berührung. All-Time-High liegt bei ungefähr 428. Das heißt, es wäre nochmal 100%, aber das Risiko, ganz ehrlich, ist mir dann zu groß. Das ist dann wirklich so, ich kaufe und gehe dann einfach wieder, sobald wir meine Ziele erreicht haben, wieder raus. Ich warte auch hier nicht auf die 263, für mich einfach das Preistarget 214 bis 230 US-Dollar. Das ist das Ziel und mehr momentan nicht erst einmal. Ja, dann, Exi wurde sich auch noch gewünscht. Habe ich ganz ehrlich vergessen, hier in die Liste mit reinzupacken. Exi, wo haben wir es denn? A-X-S-Infinity. Das ist jetzt wieder dieser Vorführeffekt. U-S-D-E-T. Da gibt es natürlich wieder keine richtigen... Machen wir mal FTX, FTX ist ganz gut. Exi auf jeden Fall sehr, sehr weit unten. Auch hier, Support-Zone haben wir hier schon des Öfteren erreicht. Also wir befinden uns hier wirklich schon in einem potenziellen Nachkauf-Level. Hat einfach den Aspekt, ihr seht hier drüben, sind wir öfters daran gescheitert. Hier haben wir zum ersten Mal Support gefunden und auch eine Daily-Demand-Zone. Das heißt, wir befinden uns momentan in einer sehr, sehr starken Zone. Bricht diese Zone, wäre der nächste Step bei... Müssen wir jetzt mal hier ein bisschen in diesem Bereich gucken. Wäre die nächste Demand-Zone hier unten in diesem Bereich. Und dann erst hier unten diese größere Akkumulationsphase. Also wir haben hier noch einige Level, die wir nach unten hindurch brechen könnten. Das Volumen, absolut grauenhaft. Muss man ganz ehrlich dazu sagen, kein Volumen hier im Markt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Spiel überhaupt noch gezockt wird. Ob wir jemals dieses All-Time-High erreichen, 10, 15x, wage ich ehrlich gesagt erst einmal zu bezweifeln. Je nachdem, das war mal ein Hype. Deswegen hier persönlich würde ich nicht einsteigen. Meine persönliche Meinung, ich gehe hier nicht rein, weil ich in so Hype-Coins von damals sowieso nicht, und ich bin kein Play-to-Earn-Fan unbedingt, außer Divo, Devolution, das ist was anderes. Aber hier momentan, die Daily E-Mail-Ripments gehen nach unten. Wir befinden uns in dieser Nachkaufzone. Für wen dieses Projekt, sage ich mal, interessant ist, why not? Wir haben hier eine sehr, sehr große Supportzone gebildet auf dem Daily. Immer wieder sind wir da mit reingekommen. Man muss aber damit rechnen, dass wir möglicherweise hier nochmal so einen 36% Drop kriegen, um einfach hier noch mögliche Ineffizienzen zu füllen, die wir hier unten hin haben. Also einstiegsmäßig hat sich hier seit Juni nichts getan, ist aber eine mögliche, sage ich mal, Nachkaufzone, die man auf jeden Fall im Blick halten sollte, wen dieses Projekt interessant ist. Und dann mögliche Widerstandszonen oder erste Take-Profit-Zonen würde ich dann hier in diesem Bereich eventuell empfehlen bei 21 oder knapp 22 US-Dollar. Das sind so die Zonen, die ich dann im Blick halten würde. Und dann befinden wir uns immer noch in dieser Range. Das heißt nicht, sobald wir jetzt hier von hier unten hier hochpumpen, dass wir jetzt dann schon irgendwie bullisch sind, sieht man einfach nicht. Wir konsolidieren dann hier einfach eventuell noch, bis wir dann wirklich ein endgültiges Breakout sehen. Dann möchte ich gerne nochmal einen Retest sehen. Also momentan ist einfach diese Range zwischen, ich sage jetzt mal 11 oder sagen wir mal 10, ein bisschen tiefer gesetzt, zwischen 10 und 21 US-Dollar. Es sind 100%. Diese Range ist echt krass, wenn man es so sieht, dass wir hier 100% pumpen könnten und trotzdem noch in der gleichen Range sind. Das muss man dazu beachten. Aber long-term, wer an dieses Projekt glaubt, ist es hier auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Supportzone, die sich hier bildet. Und was man auch so sieht, so eine kleine Bullish Divergence auf dem Daily. Aber ich würde die auch ehrlich gesagt nicht zu übergewichten. So, dann wurde sich gewünscht, Cardano, auch hier gehen wir in den Update-Videos des Öfteren drauf ein, das Gekriegsel, vergesst ja jetzt mal, das war aus dem Livestream, tut sich auch sehr, sehr wenig. Also wir befinden uns auch hier, das kennt ihr noch vom alten Altcoin-Update-Video, in einer größeren Supportzone, Akkumulationszone, da bin ich ganz ehrlich, da habe ich schon nachgekauft, da wurden meine Ziele getroffen. Trotzdem habe ich noch eine Order bei, was haben wir hier, die Ding ist bei 0,38, genau auf glaube ich 0,38, also unter diesem Tief hier drüben, hat den Aspekt relativ viel Volumen. Das heißt, ich habe meine Einstiege hier gestaffelt, ich bin schon drin, mittlerweile hier. Trotzdem, für mich noch ein Nachkaufpunkt ist auf jeden Fall hier unter dieser Range. Einfach um mögliche Stop-Losses, die sich hier eventuell gebildet haben, nochmal mitzunehmen. Das ist eigentlich relativ gut, wir sind aber auch hier in einem Downtrend, muss man ganz ehrlich dazu sagen, die Daily E-Mail-Ribbons, der Downtrend auf dem Daily spricht dafür, wir müssten erst hier mal einen Breakout sehen, um dann, sage ich mal, hier auszubrechen und dann vielleicht mal einen Top in Richtung 0,60 US-Dollar kriegen. Das heißt, dass wir uns in diese Region hier oben, wo unser letztes High war, begeben. Und dann sind wir auch hier in einer riesigen Seitwärtsrange. Es hat sich hier, was vom Chart her mäßig, nichts getan. Ihr seht diese riesige Seitwärtsrange. Wir müssten wirklich erst die 0,60 brechen, um einigermaßen bullish zu werden oder hier wirklich mal eine Trendwende zu sehen, weil dann hätten wir Luft, die Ineffizienz hier oben bei 0,73 zu brechen. Und das würde dann ungefähr einen Pump bedeuten von 20, 22 Prozent und würde dann auch für mich wiederum bedeuten, wenn diese Ineffizienz geschlossen wird. Dadurch, dass wir hier unten eingestiegen sind, machen wir jetzt mal hier ein bisschen proportional, während das 70 Prozent plus wäre dann für mich ein Zeitpunkt, um Gewinne zu realisieren. Einfach vielleicht die ganzen Gewinne, die ich persönlich hier unten gemacht habe, heißt 70 Prozent plus, die Gewinne abzuschöpfen, minimal vielleicht drin zu lassen oder auch nur die Gewinne laufen zu lassen und seinen Invest rauszunehmen. Die Phase gehe ich momentan eher, finde ich in dieser Phase, nachdem wir noch nicht in einem Bullrun sind, auch wenn BTC jetzt Richtung 30k, wir haben ja gestern im Livestream darüber gesprochen, Richtung 30k gehen sollte, heißt das nicht, dass wir dann schon wieder in einem Bullenmarkt sind. Also da muss man ein bisschen deswegen lieber ein bisschen bescheidener an die Sache rangehen, lieber mal ein bisschen Profite nehmen, anstatt hier, sag ich mal, übertrieben jetzt hier zu hoffen, ja wir kaufen jetzt und dann explodieren wir in Richtung 1, 2 Dollar bei Cardano, gehe ich momentan nicht aus. Die Seitwärtsphase und der untere Teil dieser Range bietet sich momentan meines Erachtens nach nach einer guten Kaufmöglichkeit für mich persönlich an. Ich muss immer ein bisschen sagen, für mich persönlich, ne. Das ist natürlich, wie ihr das macht, an eurer Sache, ich gebe hier nur ein paar, in Anführungszeichen, Ratschläge. Aber das sieht für mich relativ gut aus, dass wir hier dann irgendwann mal ausbrechen. Der erste Pump, sag ich mal, bis zum oberen Ende der Range wären 30 Prozent, brechen wir dann nochmal aus. Wie gesagt, dann wären es nochmal 22 Prozent, brechen wir aus dieser Range aus. Also es sieht momentan ganz gut aus hier, diese Akkumulationsphase, das Hardfork hat wenig Auswirkungen gehabt, muss man auch dazu sagen, haben sich vielleicht viele mehr davon erwünscht. Aber längerfristig Cardano in solchen Zonen auf jeden Fall interessant für einen möglichen Boden. Längerfristig gehe ich jetzt einfach mal nicht von noch, noch tieferen Kursen aus in den nächsten 4, 5 Wochen. Aber gut, so viel dazu. Dann, einer meiner Favorit-Coins oder Favorite-Coins, wie man es auch schön im Englischen sagt, momentan Chainlink hat den Aspekt, Zusammenarbeit mit Zwift wurde jetzt bekannt, hat sich ja auch schon die XRP-Community, weil ich es ja am Anfang des Videos angesprochen habe, schon etwas Sorgen gemacht, dass Chainlink jetzt XRP den Rang abläuft. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil es doch ein bisschen was anderes ist. Trotzdem, Chainlink akkumuliere ich hier doch schon seit Längerem. Nicht nur in diesen Nachkaufzonen, die wir hier einmal getroffen haben. Hier unten, die wurde noch nicht getroffen bei 5 Dollar, aber hier diese Zone bei 6 Dollar wurde getroffen. Seitdem bin ich auch hier in Chainlink größer investiert. Kauf aber wirklich momentan immer mal wieder nach. Vor allem hier an diesen Abtrend-Testungen habe ich immer mal wieder nochmal nachgekauft. Und das läuft auch weiterhin, weil ich Chainlink doch deutlich bullischer sehe. Also wir haben hier diesen Abtrend, der Abtrend ist intakt, das Volumen relativ hoch meines Erachtens nach für in den Bärenmarkten, in dem wir uns momentan befinden. Richtig bullisch wird es dann aber meines Erachtens erst, wenn wir hier diesen Bereich um 9,60 bis 9,50 US-Dollar brechen. Hier haben wir unsere letzten Highs, da sind wir schon zweimal rejected worden. Aber das könnte so ein Bereich sein, um zumindest mal eine Zwischenetappe zu kriegen, bis in den Bereich der 10,50, weil hier noch eine Ineffizienz liegt. Das heißt, wir kriegen früher oder später unser Breakout hier, testen vielleicht dann nochmal diese Zone mit einer Akkumulationszeit und brechen dann hier nochmal deutlich, deutlich nach oben in Richtung 12-Dollar-Marke. Das wären auch nochmal ein 50 bis 70% Pump, den ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen könnte. Also das auf jeden Fall mal im Auge behalten. Chainlink bin ich ehrlich gesagt wirklich bullisch auf längere Sicht. Und dann haben wir auch noch eine riesige Daily-Demand-Zone, die wir hier auch noch mit einzeichnen können. Also hier dann eventuell die ersten Profite werde ich dann auch langsamer rausziehen. Invest momentan auf jeden Fall im Plus. Aber das sind so die ersten Profitzonen, die ich dann mal generieren würde. Aber es sieht für mich relativ gut aus. Hier kommt Volumen rein. Der Abtrend ist intakt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also Chainlink für mich für die nächsten Wochen und Monate, vielleicht bis Ende des Jahres. Auf jeden Fall sehr, sehr bullisch gezeichnet. Dann Helium. Wurde es sich auch des Öfteren gewünscht. Und hat man ja sehr, sehr wenig zuletzt davon gehört von diesem Projekt. Nachdem wir erst diesen Hype hatten, jeder wollte so einen Helium-Miner. Die haben dann 800, 900 Euro gekostet. Ich ganz ehrlich habe auch überlegt, ob ich mir so ein Ding hole. Hätte sich aber bei mir in der Umgebung einfach nicht gelohnt. Deswegen habe ich darauf verzichtet. Mittlerweile kriegst du die Miner nachgeschmissen für 200, 300 Euro teilweise. Ich habe mal vor kurzem geguckt, da waren die relativ billig. Zumindest in meinem Umkreis hier. Aber dann kam die Partnerschaft mit der Telekom. Die wollen ein ganzes Router-Netz aufbauen. Das kam dann genau hier. Kurz nachdem wir in diese Kaufzone gekommen sind. Wir haben hier glaube ich auch darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es im letzten Video war oder mal in einem Livestream. Aber die 3,57 bis 3,20 war unser Nachkauf-Level. Das heißt, auch hier bin ich mittlerweile drin in HNT. Das Nachkauf-Level wurde getroffen. Und seitdem ist natürlich auch viel, viel passiert. Wir sind hier dann grundsätzlich 70% kurzzeitig im Plus gewesen. Jetzt sind es noch 50%. Ich werde aber auch hier, muss ich ganz ehrlich sagen, sobald wir hier die 100% erreichen, werde ich meinen Invest rausziehen und nur noch die Gewinne laufen lassen. Wir haben hier echt einen perfekten Zeitpunkt erwischt. Muss man ehrlich dazu sagen. Dann soll man auch nicht zu gierig werden. Aber dieses Level wurde reich. Der nächste Nachkaufpunkt wäre erst bei 2,00 bis 2,30, weil hier auch noch eine Menge Volumen liegt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber trotzdem, die Partnerschaft wird sich zeigen, ob es sich auszahlt. Momentan haben wir hier noch so ein bisschen Probleme. Könnte aber auch ein schönes Ascending Triangle hier werden. Aber wir haben den Downtrend noch vorliegen. Die Daily E-Mail Ribbons drücken uns nach unten. Also es kann sein, dass wir uns hier noch ein bisschen fortführen, bevor wir dann hier ein endgültiges Breakout sehen. Und dann möglicherweise erst einmal einen Pump in Richtung 8,27 Dollar sehen. Hat den Aspekt. Ihr seht hier schöne Widerstandszone, die sich hier gebildet hat. Vielleicht hat sich der 200 EMA und SMA da mittlerweile hier in die Region einbefunden. Aber sollten wir das Breakout kriegen, ist das Ziel die 8,15 Dollar. Und dann bin ich ganz ehrlich schon mit meinen Gewinnen raus. Nur noch, sag ich mal, die Gewinne lasse ich dann nur noch laufen. Und dann schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Aber die Zone, perfekt getroffen. Ein Retest dieser Zone schließe ich nicht aus. Die 3,20 bis ungefähr 3,50 aufgrund dieser großen Volumenkerze. Sollten wir hier nochmal hingehen, werde ich vielleicht sogar nochmal überlegen, dass wir uns hier nochmal ein bisschen einkaufen. Dann hätten wir auch ein schönes W-Pattern in diesem Bereich noch. Und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Wichtig ist, der Downton muss durchbrochen werden. Die Daily EMA Rims müssen nach oben durchbrechen werden, um überhaupt das Ziel von 8,15 zu erreichen. So, dann FTM. Auch ein Coin, der momentan sehr, sehr wenig sich bewegt. Also auch hier relativ ähnlich zum Chart von Bitcoin, muss man auch dazu sagen. Wir haben hier eine große Seitwärtsrange mittlerweile gebildet. Auch hier, das Bild sehen wir fast überall. Also diese Seitwärtsrange, je nachdem wie man sie zieht, man kann sie auch ein bisschen weiter runterziehen. Hier in diesem Bereich ist es vielleicht ein bisschen safer mittlerweile. Aber Nachkauflevel wurde getroffen. Zweite Nachkauflevel liegt bei 0,17 bis 0,15 US-Dollar. Aber hier, die ersten Orders wurden bei mir auf jeden Fall schon mal getroffen. Das haben wir im Livestream angesprochen. Wir befinden uns momentan unter so einer kleinen Range. Da ist auf jeden Fall die Nachkaufzone. Dann möchte ich aber sehen, dass wir diese Zone hier wirklich mal ein bisschen konsolidieren, bevor wir dann den nächsten Abtrend starten. Aber, FTM, ganz ehrlich, kann ich mir wirklich noch vorstellen, dass wir hier sogar noch runterbrechen in diesem Bereich der 0,17 bis 0,15. Das ist immer noch so der Bereich, deswegen, ich bin zwar hier eingestiegen, gehe aber sogar wirklich hier, weil ich hier ein bisschen bearischer bin, wirklich nochmal von diesem Bereich hier unten hin aus. Weiß nicht warum, das ist irgendwie so ein Gefühl, aber das sind so die Bereiche, die ich im Auge behalte. Trotzdem, Einstieg momentan bin ich drin. Aber ich glaube, wenn überhaupt mit Minimalgewinn. Also, ihr seht, die Zone, da tangieren wir momentan nur ein bisschen. Also, ich bin hier, wenn überhaupt, minimal im Plus Minus. Aber die Nachkaufzone, müssen wir jetzt erstmal gucken, dass die hält und dann wirklich hier auch mal einen Abtrend reinkriegen. Volumen, Mangelware, RSI gibt keine wirklichen Signale aus, so eine kleine Bullish Divergence, die zumindest mal diese Range hier oben zwischen 0,24 und knapp 0,26 US-Dollar bringen könnte. Gefällt mir aber momentan eigentlich ganz gut, so diese Range, diese Akkumulation. Trotzdem, solange hier kein wirklich signifikantes Volumen reinkommt, ist dieser Drop auf 0,17 bis 0,15 nicht ausgeschlossen. So, dann, was haben wir noch? Matic war noch ein Wunsch. Muss ich jetzt gerade mal gucken, wo ich Matic hier drin habe. Wo haben wir Matic, Matic, Matic? Hier. So, Matic, auch hier mal ganz kurz das FIP-Level rausmachen, die Linie machen wir mal raus. So, momentan auch schöne Seitwärtsphasen. Nachdem wir unseren Pump hatten, der Abtrend wurde ja dann gebrochen, da haben wir auch schon des Öfteren drüber geredet. Nachkaufzone, für alle, die noch nicht drin sind, die 0,65 wäre so ein Nachkaufpunkt aufgrund dieser Widerstandszone, die wir hier hatten. Wir hatten noch keinen Retest in dieser Zone. Das machen wir auch mal ganz kurz weg, das machen wir auch mal weg und das machen wir auch weg, damit ihr das einigermaßen seht. Wir kommen jetzt auch hier in den 200er SMA auf den Daily und den EMA, nähern sich langsam Volumen. Ist kein wirklich signifikantes Volumen da. Der RSI, mittlerweile so bei knapp 60, hat auf jeden Fall noch Luft. Heißt, das würde dafür sprechen, dass wir hier nochmal einen Pump vielleicht in die 0,93, 94 Region sehen könnten, in Anführungszeichen, um dann nochmal diese Range hier unten zu testen. Dann gucken, hält die Range, konsolidieren wir hier und dann mit neuen Schwungen, sag ich mal, in dem Bereich der 1,10, 1,20. Wir haben hier mittlerweile alle Ineffizienzen gefüllt, gutes Zeichen. Trotzdem, wir müssen dieses Hoch hier rausnehmen, wo auch diese Ineffizienz gelegen hat. Das wäre ganz wichtig und dann nochmal hier ein bisschen konsolidieren, dass wir auch in einen signifikanten Abtrend reinkommen. Weil momentan sind wir hier einfach, wir hatten einen Abtrend, den kann man vielleicht noch mit dazu einzeichnen oder mal im Auge behalten. Heißt, wenn wir hier nochmal runterkommen in die Kaufzone, werde ich vielleicht auch nochmal persönlich nachkaufen, um dann, sag ich mal, hier diesen kleinen Abtrend vielleicht nach oben hin mitzunehmen und dann wird es sich hier oben meiner Meinung nach entscheiden, der Bereich um 1 Dollar. Nicht nur psychologische Marke, auch für Matic sehr, sehr entscheidend, weil wenn wir hier diese Linie auch noch weiter rüberziehen, also diesen Kasten, hat dieser Kasten enorme Relevanz. Support drunter, dann Widerstand konsolidiert, Pump, Support. Auch hier nochmal Support gefunden und dann hier jetzt wieder Widerstand. Also die 1 Dollar Marke wird es entscheiden, ob wir hier wirklich einen signifikanten Pump längerfristig sehen oder nicht. Momentan riesige Akkumulationsphase, je nachdem wie tief wir nochmal runtergehen, aber momentan die Akkumulation zwischen 0,66 bis 0,38, das ist ein potenzieller Nachkaufzonen, momentan für mich zumindest. So, Solana war ja mal wieder down, ist ja nichts Neues. Ich glaube, in jedem Video, wo ich bis jetzt Solana angesprochen habe, war die Solana Blockchain down. Ganz ehrlich, ich bleibe bei meinem einen Solana, den ich damals für Alex gekauft habe. Jeder, der bei mir in der Gruppe ist, kennt Alex wahrscheinlich. Für ihn habe ich damals einen Solana mir gekauft, aber langefristig. So oft, wie die Blockchain down war, so oft, wie die einfach down gemacht wurde oder abgeschaltet wurde, ist es für mich nicht langfristig. Es gibt noch genug Leute, die hier einfach immer wieder einsteigen. Warum auch immer, für mich ist es nichts Langfristiges, einfach, ich habe diesen 1 Solana, der im Plus ist, aber das war es auch. Nachkaufzonen wurden persönlich bei mir nicht getroffen, ich werde auch hier nicht investieren. Gründe habe ich ja gerade eben genannt, wir sind in einem Downtrend, Daily E-Mail Ribbons drücken nach unten. Nachkaufzonen potenziell, 29 bis 25 US-Dollar. Und ihr seht auch, die Ausschläge, obwohl die Blockchain down ist, es juckt keinen. Es juckt einfach keinen, der Kurs konsolidiert. Wir haben hier kaum Volumen, sage ich jetzt mal hier in diesem Markt, das ist eher noch abfallen sogar. Ineffizienzen bis ungefähr 36 und 38 US-Dollars. Golden Pocket liegt hier auch noch in der Region um 36. Aber für mich langfristig kein Invest. Nachkaufzonen hier unten ansonsten. Wer daran glaubt, ich glaube, die Kurse sind schon relativ niedrig, muss man auch dazu sagen. Und dieses Level hier unten ist signifikant, meines Erachtens nach. Sieht man auch gut hier drüben wieder. Support, Support, Support gefunden. Dann war es erstmal Widerstand, also die Zone sollten wir hier nochmal hitten. Längerfristig, gar nicht so verkehrt. Trotzdem, ich persönlich, werde hier nicht weiter einsteigen, beziehungsweise irgendwie nachkaufen. Eventuell mal sollten wir in Richtung der Bereich 17 bis 12 US-Dollar kommen. Aber davon gehe ich ehrlich gesagt momentan erst einmal nicht aus. Außer Solana ist für immer down, dann natürlich, aber dann werde ich auch nicht mehr nachkaufen. Aber jetzt so mal das kleine Ding. Riesige Seitwärtsphase, also Akkumulationsphase auch hier. Wir sind schon am unteren Ende dieser Range. Also generell, glaube ich, für Leute, die akkumulieren wollen, ist hier ein möglicher Boden langsam ersichtlich. Muss man dazu sagen. So, dann. IOTA. Auch so ein Coin, den langsam wieder ein bisschen interessant würde. Schimmer stand auch. In den Kommentaren wurde sich gewünscht, das Problem an Schimmer, das Ding ist einfach noch zu neu. Schimmer jetzt schon in die Altcoin, ins Altcoin-Update reinzuhauen. Meines Erachtens zu früh. Das muss ich erstmal alles ein bisschen einpendeln. Aber ich denke, dann nächsten Monat, im November, wenn wir uns wieder Altcoins angucken, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, hier ein bisschen näher drauf einzugehen. Trotzdem, momentan IOTA, weiter in einer riesigen Seitwärtsphase. Wir kriegen hier keine wirklichen Impulse. Hier wurde das Schimmerlist. Anni, hier war es, glaube ich, hier oder hier war es Schimmerlisting. Sieht man auf jeden Fall im Chart. Und dann ging es wieder nach unten. Wieder so ein bisschen Seitwärtsphase. Downtrend ersichtlich. Daily E-Mail Ribbons wieder drunter gedippt. Nachkaufzonen sehe ich momentan zwei Potenzielle. Einerseits hier nochmal dieses Tief hier vielleicht abzugreifen bei ungefähr 0,25 oder die 0,23. Aber mehr, ganz ehrlich, sehe ich momentan hier nicht. Also muss ich ganz ehrlich zu euch sein. Kaufe ich auch noch nicht. Ich habe es noch nicht im Portfolio. Aber es wird eventuell langsam wieder ein bisschen interessanter, meiner Meinung nach. Also, dass ich hier doch vielleicht langsam wieder einsteigen werde. Aber momentan bin ich nicht in IOTA. Nachkaufzonen, wie gesagt, sollten wir in den Bereich der 0,23 nochmal kommen. Dann würde ich mir wirklich überlegen, hier in IOTA doch nochmal reinzugehen. Hat halt diesen Aspekt. Wir hatten hier halt auch sehr, sehr viel Confluence in diesem Bereich. Man sieht es hier ganz gut. Widerstand, Support, Support, Widerstand. Dann wieder drunter Widerstand. Hier ein bisschen rumgeeiert. Hier dann wieder Support gefunden. Also, das sind so die Zonen, die ich ins Auge fasse. Aber ansonsten noch tiefer sehe ich momentan, ehrlich gesagt, nicht. Aber gut, warten wir mal ab. Vielleicht hat es schon mal doch noch ein paar Auswirkungen. Aber gut, ob IOTA tot ist, wird ja auch immer die Frage gestellt. Meiner Meinung nach nicht. Aber ob ich es jetzt unbedingt in meinem Portfolio haben muss, nachdem ich ja eh zu euch gesagt habe, ich habe nur noch 15 bis 20 Altcoins in meinem Portfolio. Muss man sich wirklich überlegen, tut man es sich noch rein oder lässt man es einfach. Aber gut, die Nachkaufzonen kennt ihr jetzt. Das Potenzial nach oben, ganz ehrlich, haben wir genug. Also muss man ganz ehrlich dazu sagen, wir haben hier genug Potenzial nach oben hin. Einerseits ist die Ineffizienz bei ungefähr 0,40. Das sind ja auch schon mal 60, 70 Prozent Pump. Und dann nochmal, sage ich mal, hier diese Region um 0,61. Waren auch nochmal 100, 20 Prozent jetzt einfach mal grob geschätzt. Können wir uns mal ganz kurz angucken. Bis hier hoch. Naja, 130 Prozent sogar fast. Also das sind so die Zonen, wo ich dann auch überlegen würde, nehmt eure Profite raus und dann ist gut. Lasst einfach weiterlaufen mit, eigentlich nur noch mit euren Gewinnen und fertig. Aber riesige Seitwärtsphase, kurzer Volumenpeak beim Schimmerlisting und das war es dann auch wiederum. Deswegen momentan für mich kein Invest. Kommen wir hier runter nochmal in den Bereich der 0,23. Dann wird es auf jeden Fall interessant. Dann ICP, Internetcomputer. Klingt immer noch beschissen. Egal wie oft man sagt. Aber auch da haben wir einen, der das relativ verfolgt bei uns in der Telegram-Gruppe oder auch bei mir unter den Kommentaren. Die Person weiß schon, wen ich meine. Bin ich mittlerweile ja eingestiegen. Habe ich glaube ich im letzten Video schon gesagt. Daily E-Mail-Ribbons drücken uns nach unten. Wir haben den Downtrend, wo wir jetzt erst wieder rejected worden sind. Nachkaufzone weiterhin der Bereich zwischen 5 und 4,50 Dollar. Das ist so der Bereich, wo ich dann auch nochmal überlegen würde, eventuell nochmal nachzukaufen. Aber momentan auch riesige Seitwärtsphase. Also ihr seht grundsätzlich haben wir überall die Seitwärtsphase. Das orientiert sich sehr, sehr viel nach Bitcoin. Aber Nachkaufzonen werden doch immer mal wieder getroffen. Und man sieht dann auch die Impulse. Beispiel Chainlink, wo wir das dann gesehen haben. XRP monatelang nichts bewegt. Und dann kam dieses Breakout plötzlich. Also auch hier ICP bin ich drin. Down-Potenzial haben wir auf jeden Fall noch. Aber Abtrend kommt eventuell so langsam rein. Auch RSI-mäßig haben wir eine Bullish Divergence vorliegen. Also es kommt langsam aber sicher hier möglicherweise wieder Bewegung rein. Darauf wetten, dass wir hier nochmal runterkommen, würde ich momentan ehrlich gesagt nicht. Aber es ist trotzdem weiterhin die gleiche Nachkaufzonen. Ansonsten, wenn man jetzt zum Beispiel hier einsteigen würde, nach unten hin, müsste man mit 13% Verlust leben. Bereich des Möglichen, wenn man hier longterm hodeln will auf jeden Fall. So, dann wurde sich gewünscht Rune. Nachkaufzone haben wir gestern im Livestream angesprochen. Habe ich ganz vergessen, ganz ehrlich. Hat eigentlich perfekt so eingetroffen, wie wir das mal besprochen haben. Ich weiß nicht, ob das in einem Altcoin-Video war oder in irgendeinem Livestream oder so. Aber wir haben hier, nachdem dieser Hype war Mitte August, sofort wieder deutlich nachgelassen. Wir haben doppelten Boden mittlerweile gebildet. Nachkaufzone wurde getroffen hier. Zweimal sogar, wenn man je nachdem da vorne schon eingestiegen ist. Aber Nachkaufzone wurde getroffen. Schöne Akkumulation, aber auch hier kürzere Timeframes, sage ich mal hier. Schöne Seitwärtsphase. Volumen ist nur deutlich, deutlich abnehmend. Also hier haben wir auf jeden Fall noch einen Downtrend vorliegen, was das Volumen anbelangt. Aber manchmal ist es sogar ganz gut, wenn das Volumen ein bisschen abnimmt nach so einem krassen Pump. Einfach, damit man nicht wirklich wieder sieht, dass so viel Volumen hier reinkommt. Damit wir auf tiefere Kurse hoffen. Es gefällt mir eigentlich momentan ganz gut. Ares Eyes relativ weit unten. Also die Seitwärtsphase hier zum Akkumulieren eignet sich, glaube ich, ganz gut. So in dieser Range 10% ist absolut im Bereich des Möglichen. Und dann eben dieser doppelte Boden, welcher dann natürlich irgendwann ausbrechen könnte. Und erst einmal, sage ich mal, das Ziel oder die Neckline liegt bei ungefähr 3,80 Dollar. Heißt 100%. Und danach die nächste Ineffizienz erst bei 5,80 Dollar. Also hier, ich glaube, das Potenzial extrem, extrem hoch. Für einen möglichen Bullrun. Also einmal die 128 bis 130. Und dann, sage ich mal, gehen wir ganz hoch. Dann wären es 250%. Also Rune für alle, die sich mit dem Projekt beschäftigen. Auch Long Term, sage ich jetzt mal, ist, glaube ich, momentan ein sehr, sehr guter Zeitpunkt hier. Eventuell mal ein bisschen aufzustocken. Die Nachkaufzone ist sehr, sehr gut. Ansonsten tiefer. Ganz ehrlich wäre hier nur noch dieser Bereich hier bei, was haben wir hier, 0,85. Das wäre nochmal so ein kleiner Bereich. Können wir auch mal runterziehen. Vom jetzigen Kurs bis darunter wären es nochmal 50%. Aber wie gesagt, dann gehe ich auch bei Bitcoin von deutlich, deutlich tieferen Kursen aus. Sollten wir diesen Bereich wirklich nochmal sehen. So, dann. Engine. Wurde sich gestern gewünscht, auch im Livestream. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Machen wir mal ganz kurz das FIP-Level hier weg. Auch hier schön die Nachkaufzone schon zweimal getroffen. Einmal hier und einmal hier. Downtrend wurde jetzt durchbrochen. Aber nicht mit Volumen. Also wir sind hier seitwärts aus diesem Downtrend ausgebrochen. Nicht schön. Andererseits Nachkaufzone wurde Nummer 1 getroffen. Die nächste Nachkaufzone liegt das bei 0,27. Nochmal ein 50% Dump. Da muss man halt abwägen. Seht ihr Bitcoin bei 15 bis 10k? Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hier runterkommen. Seht ihr Bitcoin nicht bei solchen Kursen? Eignet sich glaube ich diese Akkumulationsphase sehr, sehr gut. Um hier möglicherweise sein Portfolio aufzustocken. Um vielleicht die ersten Profite dann in diesem Bereich bei 0,77 zu nehmen. Das wären ja dann auch schon wieder 80% fast Gewinn. Vom jetzigen Kurs schauen wir uns das mal ganz kurz an. Bis nach oben. Naja okay 65%. Und dann kann es relativ flott gehen. Weil dann haben wir die nächste Ineffizienz. Hier oben in dem Bereich bei 1 Dollar. Und dann wären wir schon bei über 100%. Auch da gilt für mich dann wieder. Deswegen arbeite ich gerne mit solchen Zonen. Gewinne. Laufen lassen. Investment raus. Dann habt ihr nichts verloren. Dann kann es euch scheißegal sein. Sorry wenn ich jetzt so vulgär werde. Aber dann kann es euch scheißegal sein. Ob das Ding nochmal abstürzt oder nicht. Ihr seid raus. Ihr seid aber mindestens eingestiegen. Man sollte aber dann auch nicht zu gierig werden. Und das ewig weiterlaufen lassen. Und sich dann irgendwann eventuell wieder ärgern. Aber momentan. Schöne Range hier. Mitten im schönen doppelten Boden. Nachkaufzone wurde getroffen. Wenn wir jetzt hier nur ein bisschen mehr Volumen reinkriegen. Zumindest mal. Dass wir hier einen Abtrend bilden. Die 0,76. Hier nochmal so einen kleinen Rücksetzer kriegen. Und dann wäre das Ziel. Längerfristig die 1 Dollar Marke. Einfach aufgrund dieser Ineffizienz. Und dann muss man das Ganze sowieso neu beurteilen. Ob wir dann überhaupt noch genug Kraft haben. Sag ich mal die nächste hier oben noch mitzunehmen. Bei 1,16. Aber wie gesagt. Das ist Long Term. Für mich jetzt erstmal wichtig. Kriegen wir hier Volumen rein. Brechen die Daily EMA Ribbons. Bei ungefähr 0,53 US Dollar Cent. Und dann müssen wir weiterschauen. Aber momentan. Passt das eigentlich so ganz gut. Nachkaufzone getroffen. Volumen fehlt natürlich noch. Und dann müssen wir eben diese wichtigen Level brechen. So. Dann haben wir noch Compound. Auch lange nicht mehr bei mir in der Analyse. Deswegen schauen wir mal. Was sich hier getan hat. Also. Wir haben die Ineffizienz hier. Dieser Rüte. Rühne. Diesen roten Balken haben wir auf jeden Fall geschlossen. Das hat hier ganz gut mit der ersten Variante hier gepasst. Zweitens sind wir gar nicht mehr runter gekommen. Das wäre der Fall gewesen. Sollten wir diese Ineffizienz hier nicht schließen. Seitdem. Schöner Backtest nach oben. Aber auch hier wenig Volumen. Klar. Wir hatten hier nochmal so einen Volumenpeak. Der passt dann wiederum mit unserer Ineffizienz hier oben zusammen. Heißt. Hier größere Widerstandszone. Abtrend können wir auch mal noch gleich dazu einzeichnen. Ob der hier noch schön intakt ist. Der ist intakt. Also hier bildet sich so langsam Ascending Triangle mit einer größeren Widerstandszone. Parallel dazu der 200er SMA. Der hier auch noch mit drin ist. Ineffizienzen wurden geschlossen. Momentan einfach eine riesige Seitwärtsphase. Ich bin hier ganz ehrlich nicht drin. Compound für mich kein Invest. Weil ich einfach mich mit dem Projekt nicht auseinandersetze. Für mich potenziell der Bereich 37 bis 34. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht davon glaube, dass wir nochmal hier runter kommen. Die Ineffizienz. Die war wichtig zu schließen. Dieser Support hier unten. Den haben wir getroffen. Wer da rein ist, sollte jetzt auch gut im Plus sein. Ansonsten Profite nehmen. Wer jetzt hier unten reingegangen ist. Wer wirklich hier oben diese Neckline wäre vielleicht so diese erste Pullback. Wo ich sagen würde, okay erste Profite realisieren. Und ansonsten der Bereich um 93 US-Dollar. Ineffizienz. Letztes Tief hier drüben. Das wäre noch ganz gut, wenn wir uns das füllen. Und dann müssen wir den ganzen Chart neu beurteilen. Aber momentan Ascending Triangle, was sich bildet. Wir gehen die ganze Sache mal wieder ein bisschen passiver hier an. Ziehen uns das Preisziel von diesem Breakout. Dann würden wir sogar hier oben bei 110 US-Dollar landen. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmelody. Müssen wir schauen, ob das wirklich so eintrifft. Aber das ist momentan eine schöne Seitwärtsphase. Volumen eigentlich relativ gut. Ich weiß nicht, ob ich am Anfang gesagt habe, nicht so gut. Aber gefällt mir gut. Also ihr seht jetzt mal hier als Beispiel. So den ganzen Bullrun über. Nicht wirklich viel Volumen. Und jetzt aber in diesem Bereich sehr, sehr hohes Volumen. Also hier nimmt schon. Die Akkumulation hat deutlich Fahrt aufgenommen. Hier noch ein größerer Widt bei ungefähr 36. Deswegen, ich schließe es nicht aus, dass wir hier nochmal runterkommen. Weil hier echt eine Menge Liquidität liegt. Aber gut, müssen wir schauen. Für mich wäre dann hier unten der Einkaufszeitpunkt. Ansonsten, ich möchte jetzt nicht schon im fahrenden Zug hinterherrennen. Trading sieht das Ding anders aus. Spot momentan nein. Trading würde ich dann aber auch jetzt erst nochmal warten. Ob wir möglicherweise hier nochmal so einen Retest sehen in dieser Region. Passt ganz gut hier. Um nochmal diesen Retest zu vollführen. Von unserem S&T Triangle, von dieser Support Linie, die hier auch läuft. Und dann von hier aus möglicherweise sogar ein Trade einzugehen. Bis zumindest in diese Neckline. Und da muss man das Ganze neu beurteilen. Weil der 200 der SMA und der 200 der EMA hier in dieser Region verlaufen. Gut. Boah. 39 Minuten. Eure ganzen Bündchen sind durch. Jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz zwei, drei Sachen von mir an. A0. Momentan Nachkaufpunkt getroffen. Hier diese Neckline wurde jetzt getroffen. A0. Erst einmal gekauft. Da kommen jetzt glaube ich auch die Smart Contracts. Werden jetzt glaube ich gelauncht. Da müsst ihr mal bei der Kryptoeule vorbeigucken. Der macht da öfters dazu Videos. Ansonsten die 1 Dollar Marke ist sehr, sehr interessant. Oder was ich nicht glaube. Aber diese 0,60. Das ist für mich noch eine Riesenkaufzone. Die 0,60 bis 0,75. Das sind die Nachkaufzonen. Die ich bei A0 noch habe. Hier nochmal ein bisschen nachgekauft. Die 1 Dollar Marke rum. Aber großer Buy wird dann erst hier unten nochmal sein. Aber A0. Längerfristiges Projekt. Wo ich auf jeden Fall dran glaube. Travala. Oder wie man auch immer dazu sagt. Auch ein Ding. Für mich noch eher so ein bisschen Low Cap Ding. Wo ich jetzt mal eingestiegen bin. Schon vor längerer Zeit. Auch hier schön momentan am Support. Wenig Impulse. Klar, diese Liquidations-Wigs könnten irgendwann nochmal geholt werden. Wobei ich aber auch hierzu sagen muss. Ich werde, sollte mir diesen Wig hier oben erreichen. Komplett aussteigen. Und einfach wieder auf den nächsten Drop warten. Da bin ich ganz ehrlich. Das habe ich schon öfters gemacht. Dass ich hier gesagt habe. Okay, nach 100% ich gehe raus. Weil wenn solche riesen Wigs kommen. Die werden früher oder später gefüllt. Und gehen da auch meistens nach unten. Und man sieht es auch hier. Wir hatten hier 2, 3 riesengroße Wigs. Die sofort wieder nach unten geschossen sind. Chance genutzt. Raus. Unten wieder einfach nachgekauft. Da war mir auch der Einstieg völlig wurscht. Weil alles billiger war als hier oben. Und jetzt einfach diese Seitwärtsphase. Tut sich einfach wenig hier momentan. Ansonsten lossless. Auch noch so ein Low Cap. Wo ich euch schon öfters drüber berichtet habe. Wo ich auch noch drinnen bin. Und dann gibt es noch Devo. Devo hatten wir glaube ich schon mal angesprochen. Da tut sich jetzt langsam auch immer mehr. Gibt es das? USDT. Wartet mal. Play to Earn Game. Das ist das Einzige, was ich einigermaßen gut finde. Beziehungsweise wo jetzt auch die App und alles gelauncht wird. Naja, gibt es leider hier nicht. Maxi. Naja, gibt es leider nicht. Aber könnt ihr euch gerne mal angucken. Devo. Gibt es auch eine Community. Da tut sich auch immer mehr was. Das sind so meine Low Caps momentan. Die ich auf jeden Fall im Blick behalten. Werde. Aber ansonsten, wie gesagt, meine Nachkaufzone kennt ihr. Haben wir Litecoin angesprochen? Litecoin. Litecoin bin ich ja auch immer noch extrem bullish. Also da akkumuliere ich auch weiterhin. Da ist nochmal ein Nachkaufpunkt bei ungefähr 0,7. Bei 47 US-Dollar bis 44. Und dann bei 41 bis 37. Die Zonen behalte ich auf jeden Fall im Blick. Trend wurde jetzt erstmal gebrochen. Akkumulation hier drunter mit wenig Volumen. Also hier ist dieser Bereich auf jeden Fall noch deutlich schlaggebend. Aber ihr seht es vielleicht schon. Dieses riesige Falling-Vedge-Chart-Pattern. Sowas ähnliches, wie wir im Endeffekt bei Bitcoin haben. Sehen wir auch hier. Je nachdem, wie man das jetzt natürlich zieht. Also da kann man natürlich auch sagen, okay. Es dauert noch ein bisschen länger. Aber für mich ist das Falling-Vedge erkenntlich. Deswegen Litecoin für mich noch so ein Geheimzip weiterhin. Wo ich weiterhin sehr, sehr stark akkumuliere. Einfach Long-Term-Invest. Gut. War lang genug. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet alle... Eure ganzen Wünsche wurden abgearbeitet. Manche gingen nicht. Die waren einfach noch nicht gelistet. Oder waren erst 2-3 Wochen alt. Ging einfach nicht. Vielleicht dann beim nächsten Mal. Jetzt nochmal ein kleiner Reminder. Wer eine Bitbox-BTC-Oni Edition gewinnen will. Einfach unten einen Kommentar. Und das Video schreiben. Kanal abonnieren. Wie gesagt, in der Woche werde ich es dann auslosen. Wer Bock da drauf hat, freut mich auf jeden Fall. Ansonsten lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Video ist doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Aber ganz ehrlich, die Zeit nehme ich mir gerne. Würde sagen, wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Oder schon ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann das Video jetzt online kommt. Wir hören uns. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Und stay crypto.